Willkommen zum Fastbühelmachorti! Hier lebe ich nie das habt ihr verdienter. Von der Merkwitapa auf dem Spieß und dort nach dem russischen Papastalot. Was ich von der Brücke habe, war es Öl, feiner Salz, ein bisschen Grutsalz, Peper, ein bisschen Bröt, Butter, Zischnecht, Schmunt, Zippeljuk, Papas und Paprika. Wir wollen eine Zippelbrücke, weiter Zellig und natürlich eine schöne Tapa. So, das erste Merkwitapa ist ein Papas-Salot. In dieser Brücke wir eine Papas mit Sauberpapier. Wir nehmen ein bisschen Öl ab. Und dort haben wir dann ein bisschen Salz. Wenn ich das reihe, dann schaue ich das so einfach aus dem Öl. Als nächstes brauchen wir eine Zippel. Das werden wir dann verschnitten und aufschalen. Ich schneide es wieder auf die Mäde. Das werden wir dann mit Sauberpapier an. Dann merken wir die Töpen, wirken die auch mit Sauberpapier an. Als nächstes merken wir eine Zischnecht. Und das ist so einfach, was die hier bei der Uppschuhschneide. Wir können dann ein bisschen Öl an und natürlich auch ein bisschen Salz. Und das wirken wir dann mit Sauberpapier an. und dann erst ein bisschen Reut und können wir auf die Kohle ablehren. Als letztes, das wir nach einer Woche auf die Kohle ablehren, ist eine Paprika. Aber das ist so einfach, wir kriegen das nur los. Wenn die Kohle dann erst die Mäste reut sind, dann merken wir dann wieder drüben. Und dann kommen und erst da steht unser Papas, ein Zippel, und dann zerstört und auch die Paprika. Direkt auf die Kohle ab, um es dort zu backen. Die Papas, die läuft wieder 19,20 Minuten, bei 24 Minuten auf dem Rast, immer so lange, was die mal eine Gaufe fährt, dass ich spät gekoste. Nach jeder weiße Minute darf ich das einmal drehen. Und wenn die Paprika verbrennt, dort ist schon ein Problem, das darf den schönsten Geschmack. Um das Ajo-Bret zu merken, bräuchten wir einen schmacken, langen Bölkchen, und mit Ajo natürlich Salt, und Butter, von Trevol. Um das Baste und schönste Brät zu merken, schnitt wir das einfachste an, nicht ganz derisch, das Brät, wie im Bäckermeister schäupt. Dann merken wir den Ajo-Rot, dann schnitt wir dem Ajo so fein als Mehlig. Dann dürfen wir dem Ajo ein neues Ding nehmen. Dann nehmen wir unseren Butter, schnitt den schönsteig auf, und dann nehmen wir unseren Ajo. Seit einem Jahr, das uns noch fehlt, essen klingt mit Salz, und da kann man auch groben Salz nehmen, wie alle Hand, oder aber auch keine feinen Salz nehmen. Das riecht dann so einen Schmack durch, dann nehmen wir das Brot und schmieren das einfach schnitt. Wenn wir die Paprika erst rund haben, einmal ein bisschen schwarz gebrennt haben, dann darf ich den raufnehmen und den Loch nennen und 1-4-4-4 Minuten in einer ganz einfache Loch dicht zu löten, um den nachher Leichschalen zu trennen. Dann machen wir eine Tape, dann machen wir eine Kecke, damit wir eine ferne Fahrtschicht haben. Dann machen wir mit dem Verschneiden, damit wir mit dem Spießmärker und auch abpassen, damit wir richtig zwei schnitteln. Hier kommt zur Säune das Fleisch auf die Striebe und von der Uhr, wie das Spießmärker ist es wichtig, dass wir mit der Striebe zwei schnitteln nachher, wenn wir in der Schiff zwei schnitteln, dann ist das Fleisch viel weniger. Ihr kriegt dann einfach von der Fahrtschicht eins zu fährt, zwei Finger breit und schneiden wir zwei. Wenn wir das dann geschreit haben, zwei schnitteln, dann drehen wir das einfach auf das wie das Tape und spüren das dort auf den Spießmärker. Dann habe ich die Salte. Wir können die Schäte Salte, wenn wir den Futz auf den vier schnitteln, wenn wir die Schäte haben. Wir müssen nicht Angst haben, mit grobem Salz kostet Fleisch eigentlich soja selten, das sollte ich merken. das ist wichtig, dass wir dann dabei bleiben. Wenn wir wieder das backen, dann machen wir dort eigentlich pinklich drehen. den Ajo, den wir auch passen, hier soll auch mal ein bisschen Eier rein. Dann stecken wir den Ajo, als wir den Sippel rein. Wenn wir die Stücke gewacht haben, dann kannst du die Paprika losnehmen. Dann einfach das Verbrennen mit dem Hand losnehmen. Wenn wir das erst rein haben, schneiden wir wieder mit ab. Nehme hier noch das so dritt. Den Rest verschnitten wir dann einfach einen kleinen Bieter. Den Ajo ladet zwar ganz schön verbrennt, das ist aber nicht schlimm, weil in dem Tervenu ganz einfach dritt reichen. Das ladet vielleicht fehl. Aber das ist wie weit der Ajo ist. Dann hat der nicht so strengen Geschmack, als wenn der Räwe ist. Wenn du erst 20, 24 Minuten ab sind, du sperrst dort den Kaufel ganz leicht. der Pappas nennt direkt jetzt. Dann wir aufnehmen und aufnehmen. Wenn wir vom Rass aufgenommen haben, das ist wichtig, dass die Klingbett aufnehmen. die Säure sind. Während wir wachten bei Papas ist, ich habe die Säure und Säure 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 verschnitten. Das ist einfach, wenn man verschnitten kann. Das ist Säure und so, wir verschnitten die einfach ein bisschen kleiner stärker. Wenn wir dort haben, dann gehen wir über Papas. So, wenn wir dann die Papas mit aufhören, dann nehmen wir die Säure verschnitten. Wir brauchen kleine Säure und Säure ist ziemlich weg. Dann wird ein kleiner Städte geben. Fehler wurde vielleicht glaube, der machte nur noch aufgeschaltet. Aber ich möchte weiter wissen, dass die Säure gesund ist gesund. Dann machen wir das hier einfach mit dem Rest in der kommenden Wenn wir ein bisschen Ajo und Butter nehmen, dann nehmen wir einen schönen Schmand von Trevol. Creme Creme Acid oder Creme Acid oder Creme Acid das steht. Bitter ist je nachdem Würfel schein schmerzt. Das darf man hier einfach mit Creme Acid machen. Das ist eine Mischung. Wenn wir hier Salote nennen. ein Papa Salote. Wenn wir schon ein bisschen geriert haben, ist es wichtig, dass wir den Pepper nennen. Freschen Pepper hast du ganz besten, wenn du eine kleine Pepper hat. Dann rühren wir noch mal durch. Kurz bevor das Fleisch reut ist, weil wir nicht von unserem Ajo 24 Minuten eine halbe Stunde, vielleicht auch in Meier, je nachdem wie heute Kohle wäre, dann das Fleisch reut und wir können das raufnehmen. Hier ist der Tapa auf dem Spieß. Hier ist wichtig, dass wir das Salz ein bisschen raufschlappen oder raufschlappen damit das nachher nicht über sollte es. So, an dem Verschneiden ist wichtig, dass wir die Fieber hier rein und wieder gehen Richtung Schnied und nachher wo ihr Wir haben unsere Schäune Tapa und Schäule in Russland und da noch den Schäuten mit Schläumen und den Dann haben wir alles, was wir brauchen und wie das dann nochmal unser Familie-Tab erneut ist. Wir freuen uns beim nächsten Mal hier beim Fastbühe mit Schartig.